Hallo und herzlich Willkommen bei Mode auf die Hardguard. Jetzt, wo es draußen kühler wird, möchten wir euch einige Jacken aus unserem Haus präsentieren. Maren trägt einen Mantel der Marke Kommer und ich zeige euch hier eine Jacke der Marke PMI. Maren zeigt uns einen Mantel der Marke Blond und ich zeige euch eine Lederjacke von PMI. Maren zeigt uns eine Steppjacke der Marke Marco Polo und ich präsentiere euch diese Jacke von Welsch. Maren trägt in diesem Durchgang eine Jacke der Marke Betty Barclay und ich präsentiere euch diese Jacke von Job. In diesem Durchgang zeigt euch Maren eine Jacke der Marke Streetwan und ich präsentiere euch hier eine Bugatti Jacke. Also kommt vorbei und überzeugt euch. Bis zum nächsten Mal bei Mode auf die Hardguard. Musik Musik